Oh nein, ey, ich hab keinen Bock auf so ne Fettsäcke, alter. Ja, glaub schon. Durchgeknallte Freaks hinter jeder... Gott, was für Freaks, ey. Und ich muss das nicht sagen. Leichte Kicken. Ah, fuck ey, fuck off. Der zählt auf jeden Fall nicht. Wenn ich jetzt da hinschaue und sie redet, höre ich das nicht. Wenn ich immer das so ein bisschen... Oh, halt so. So. Na ja, wie? Was mach ich denn? Wie? Ja, verdammt! Machen wir die Säcke kalt! Ich schießt Zeit läuft ab! Na, komm her, du Mitter da. Ey, fuck dich, fuck dich, du bist so eng, Bastard, ey. Ja, mach du da mal weiter, nein, yes und so. Ich versteck mich hier in der Runde. Ich weiß nicht, was die Töne war. Ich weiß nicht, was die Töne war. Ach, komm hin! Nein! Hört auf! Hört auf! Hört auf mich abzuknallen! Ich bin eigentlich ein ganz friedlicher, nur ich höre... Nur ich habe mich in Trishka verknallt und muss jetzt auf sie hören. Boah, den darf man gar nicht erst hier zum... ...Dings kommen lassen, ey. Dann ist er aber schnell tot. Was noch hier? Ja, Trishka ist schon da ganz oben. Sie kämpft da schon mit der Elite. Getötete Schwärmung. Kampffleger. Was mehr? Lalalala... Oh, der war ein Jaja. Fick dich, ähm. Was kann das nicht jetzt schon wieder ab? Na, guck mal, was hinter dir passiert. Arschkrieg, ey. Der war jetzt aber geil. Der muss nur sagen, geiler Skillshop hier. Äh. Na? Ja und? Ja, das Spiel ist auch blind. Spiel, ey. Ich brauch bestimmt... Im Gegensatz zu Gronkh, wo ich's mit 10... Ich lad' ja immer nur 10 Minuten los. Deswegen brauch ich wahrscheinlich noch mal mehr Platz. Ich lad' ja immer nur so 10 Minuten los. Ich lad' ja nicht... Ja, so 40... Ich lad' ja immer nur so 10 Minuten los. Das hab' ich kein Prozess. Ich hab' kein Prozess. Ich lad' ja immer nur so 10 Minuten los. Ähm, okay. Der geht zu Ishi. Das wollt' ich jetzt eigentlich nicht machen. Nö. Das bringt mir viel mehr Punkte. Wie krass ist da im Rekord. Äh, eh, 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 eh. Hm. Ich halte mich denn schon wieder ab. Oh, das hat ihn verlegt. Jetzt hab' ich eigentlich noch ein bisschen Punkte, ey. Diese Stille. Wie in einem Mausoleum. Was ist das hier? Die Meditationskammer der Creeps? Creepo! Oh, meine Augen dringend kurz. Warte, jetzt kann ich weiter spielen. Äh, woher wusstest du das? Ach so. Oh, das kriegt dich. Oh, tot. Ey, willst du mich verarschen, welche Pflanzen sind hier denn? Die Anreifen. Okay. Ähm, willst du mich verarschen, scheiß Pflanze? Okay, so geht's auch. Ja, aber es kostet mich eine Pflanze. Ey, komm, warum... Warum wollen alle Pflanzen mich jetzt töten? Ja, und... Ich... Ja! Ey, ne... So... Und... Schööne nur der Film Jetzt müssen wir immerhin schon in der Klappe eingreifen und ballen es nochmal zu, weil wir die Hände verkackt Deswegen, wir machen ziemlich besonders nachträglichen Eindruck So, kaputt Bei der Biss ist das ja auch schon Wir müssen das alles schon verraten Boah, ey, hört jetzt auf zu lag, du Scheißspiel, ey Scheiß PC, ey Ich könnte den echt jedes Mal treten, wenn ich den sehe, ey Der ist so scheiß, Mann Ah, bald hab ich mal neun Halt dich bereit, wir sind genau über diesen Dingen Sei bloß vorsichtig, vertrau nichts und niemandem Jede Pflanze könnte verbunden sein Wo zur Hölle marschieren wir hier rein? Keine Ahnung, aber von der Scheiße, die ich hier unten gesehen habe, würde dir der Arsch auf Grundeis gehen Juhu, was auch aus, Kapsel Juhu, jetzt kann ich mir nämlich endlich was leisten Tatsächlich Was kann ich denn hier jetzt machen? Ausrüsten Ersetze L-Waffe Ersetze... ach, keine Ahnung Ach so Dieser Garten, das Zentrum des Atriums Genau wie der, in dem ich hier verschwunden ist Hahahaha Hahahaha Oh, Mann Was Was zur Hölle Was, was zur Hölle ist das, Mann? Heilige Scheiße Die Schießsignal ist direkt darunter Hat ihn vielleicht ausgeschissen Hm Hör auf mich auf, was wir wollen und schießt Hör auf mich auf, was wir wollen und schießt Töte Hyper Ja, ja, ist richtig Weil das ja so einfach ist, das zu töten Es hat mich vermischt Ah, da oben, da gibts ordentlich Ah, komm Ja, du bist so ein hässiges Ding, ne Nee, du könntest.. du könntest seine Mutter sein Schöne, die Zunge So, wo ist das meine Maschinenpistole? Ja, leck mich echter Mann, scheiß Ding stirbt. Ich hält jetzt die ganze Zeit auf seinen scheiß Tunnel, da kann ich mich nicht mehr packen, glaube ich. Nein, warum lege ich jetzt so nach, du wie? Es geht nicht so leicht. Es ist nicht langer mal, die Anzeige ist weg. Oh, ich hol mir mal. Der miese Bastard stößt irgendwelche Pollen aus. Verdammt, ich seh nichts! Ziel in seine Richtung und schieß! Ja, stimmt, ja. Ich muss nur nachhören. Ich explodiere noch so schön. Siehst du das? Oh, meine Nase. Ich möchte nicht wissen, wieviele Punkte das gibt. Jamlet's Player hat heute mit dem Crisis 2 LP angefangen. Ja. Ich glaub, der kriegt die Spiele im Grund. Führer, nicht genau. Glaub nicht. Aber Jamlet's Player ist hier. Wurzeln! Achte auf den Boden! Mach alles platt, was sich bewegt! Nee, nee, glaub nicht. Warte, was? Was bin ich eigentlich für ein Idiot? Ich hab doch diese schönen Ladungen. Ladungen, die ziehen urheftig. So, das war's mit dir. Und jetzt will ich schön Punkte haben, weil ich 5 Minuten auf den Kopf gefallert habe. Ja! Es regeneriert sich! Konzentriert dein Feuer auf die orangenen Membranen! Okay, jetzt hat das mich auch nochmal bestätigt, dass ich nicht war. Er ist halt ein Pumpgun, ne? Warte, wenn wir losstehen schon. So. Ich glaub, der schiebel ist geil, ja. Ah, da hab ich ja nichts mehr. Ja, der schiebel ist geil, die Grafik. Ähm... Ja, aber schon im Let's Play. Weil der ja ein bisschen vor L7-Push dafür hat. Aber wenn er aufnehmen will... Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich! Fick dich, du scheiß rotes Ding! Ja, schon muss ich nochmal nachladen. Und weiter hab ich... Ich wär für schöne Punkte, weil das... was ich da alles jetzt reingesweifballert hab. Ey, willst du mich verarschen!? BAM! BAM! Dankeschön Frischka für den Tipp mit mir. BAM! 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 Sooo, und jetzt kommt noch mal her, ey. Jetzt will ich aber richtig schöne Punkte dafür haben, ey. Scheiß Viehchen, stirb. Geht, sch-stärb, ey. Höh, ha, 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 ha. 360. Neu, der Ding läuft an der Ecke entlang. Greif in Bewegung, du willst bestimmt nicht im Maul von diesem Ding landen. Das Ding scheiße, ey. Voll in die Kruppe, weil ich bin. Da hab ich nix mehr. Oh, no, 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 das schaut ganz wieder für zu schade. Oh, die ist gleich leer hier. Ich will nicht dass es nicht nochmal re-loadet Kann sich entschuldigen, ja, endlich! Das sind Wurzeln! Okay, der Bastard versucht sie zu regenerieren!